Hallöchen ihr Lieben! Heute ist also der große Tag gekommen und da kann ich natürlich nicht darauf verzichten, euch mehr oder weniger eine persönliche Botschaft zu schicken. Der Tag, auf den der Georg eigentlich schon seit 2010 wartet, wenn ich mich recht erinnere. Georg, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber ich weiß es noch sehr genau. Wir waren damals in der Strubergasse dienstlich unterwegs. Ich weiß eigentlich gar nicht, was wir dort gemacht haben. Konsulatbewacht jedenfalls nicht. Ich weiß nur, dass du mir wirklich den ganzen Vormittag schon in den Ohren gelegen hast wegen Daida. Und sie ist die perfekte Frau und du willst sie heiraten und ich muss zugeben, ich war richtig entsetzt. Ihr habt euch doch erst ein paar Monate gekannt und jetzt drehst du schon komplett am Rad und ich habe nicht gewusst, was ich dazu sagen soll oder was ich dir raten soll. Ich war ehrlich gesagt etwas entsetzt über deine Euphorie. Aber Gott sei Dank hast du dann eh selbst erkannt, naja, vielleicht wäre es ja doch nicht so schlecht, zumindest einmal ein gemeinsames Jahr zu erleben mit allen Jahresfesten und Jahreszeiten und was da so ist und dann noch einmal neu zu überlegen, wie es weitergehen soll bezüglich Hochzeit und so. Ja, Aida, du bist meine älteste Freundin, auch wenn sich vor circa sieben Jahren da unsere Wege getrennt haben bzw. ich einen Weg ins Waldviertel eingeschlagen habe und wir jetzt aufgrund unserer ereignisreichen Leben leider nicht so viel Kontakt haben, uns nicht so oft sehen und hören, wie wir es wahrscheinlich beide eigentlich wollten. Trotzdem muss ich dir sagen, jedes Mal, wenn wir uns hören, sehen oder sonst irgendwie oder lesen, ich habe immer das Gefühl, dass wir uns sehr nahe sehen. Also egal, was ist, wir haben schon so viel erlebt, da kann eigentlich nichts dazwischen kommen. Höhen und Tiefen, erstes Verliebtsein, Jugend, Zukunftsplanung, Studium, hunderttausend Sachen, aufregende und gemütliche. Wir müssen uns voreinander nicht verstellen, wir können voreinander total echt sein und dafür wollte ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bedanken. Das ist wirklich was, was mich immer wieder sehr berührt und wie du weißt, gibt es da nicht sehr viele Menschen, mit denen es mir so geht. Genau. Dich kenne ich also schon ewig. Ich glaube, jetzt sind es sogar schon über 20 Jahre. Und wie ich überlegt habe, was ich euch da heute alles so sagen will, ist mir eingefallen, dass ich den Georg zwar nicht so gut kenne, aber, und das werden wahrscheinlich die wenigsten Menschen vermuten, ja mich oder mein Leben eigentlich auch schon länger begleitet als gedacht. Georg, vielleicht weißt du es noch, wir haben uns das erste Mal getroffen in der Tanzschule beim Breakdance. Und ich muss sagen, du hast mich fertig gemacht. Du mit deinen Waves und weiß ich nicht welche Figuren, du hast einfach drauf los und deinen Körper hat es zu Boden geschmettert, das war dir scheißegal. Du hast einfach gemacht. Nicht lange überlegt, überlegt einfach tun. Das ist auch so das Ding, was dich, glaube ich, auszeichnet. Im Gegensatz zu deiner werten Frau, die ist eine alte Hirnwichserin, wie wir alle wissen. Die überlegt alles 5.364.402 Mal, macht Listen, berät sich mit anderen Menschen, zum Beispiel mit mir. Und irgendwann trifft sie dann einmal eine Entscheidung. Und ich muss zugeben, vor allem in der Anbahnung eurer Beziehung hat mich das schon so einige graue Haare gekostet. Ich war gerade gestern mal im Friseur und habe gesehen, ich habe da eine graue Strähne. Aida, vielleicht weißt du das. Es war nämlich so, dass ich eines Tages im Nachtdienst war mit unserem Kollegen Yoshi. Und wie ein Blitz ist es über mich hereingebrochen, diese Erkenntnis, Aida und Georg. Also wenn die zwei nicht zusammenpassen, wer dann? Hey, wie die Faust aufs Auge. Und ich habe beschlossen, ich muss euch irgendwie verkuppeln. Aber ich weiß, habe gewusst, ich muss diskret vorgehen, weil die Aida, weiß ich nicht so genau, wie die auf meinen Vorschlag reagiert. Sie kennt er den Georg nicht und überhaupt. Also der Georg war sofort Feuer und Flamme für meinen Vorschlag. Ich glaube, der hätte sich auf der Stelle mit dir getroffen, Aida. Aber die Aida war sich ein bisschen unsicher, hat lange überlegen müssen und so hat das alles gefühlt für mich ewig gedauert, bis ihr endlich erkannt habt, was ich damals dann eben schon lange erkannt habe und ihr euch gefunden habt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich kenne den Georg eben schon ewig. Also ich glaube, das war, ja keine Ahnung, 17 oder 18 Jahre auch schon. Aber es wird schon seinen Grund gehabt haben, warum mir dieser Einfall erst 2010 gekommen ist. Es hat einfach seine Zeit gedauert, bis ihr füreinander reif wart. Und so diese letzten Jahre haben mir auch gezeigt, dass ihr miteinander, aneinander sehr stark gereift seid. Ihr habt sich aneinander ergeben, ihr habt viel erlebt. Ihr habt jetzt mittlerweile ein sehr, sehr gutes Fundament für eure zukünftigen partnerschaftlichen Lebensherausforderungen geschaffen. Und ich glaube einmal, da kann eigentlich nicht mehr so viel passieren, was euch wirklich noch umhaut. Ihr habt schon viel gemeistert gemeinsam, wie man so schön sagt, gute und schlechte Zeiten. Und ich freue mich total, dass ihr dann doch noch jetzt diesen Entschluss gefasst habt und heute vor euren Freunden und Familie euch ganz offiziell zueinander bekennt. Da bin ich richtig ein bisschen gerührt. Ich bin in Gedanken ganz bei euch und ich freue mich, dass wir heute, also dass wir, ich bin zwar nicht dabei, nur indirekt, aber ich bin in Gedanken bei euch und freue mich, dass ihr heute hoffentlich einen wunderschönen Tag gemeinsam verlebt. Den schönsten Tag eures Lebens sozusagen. Ich hoffe, da kommen auch noch mehr. Und dass ihr eurer Zukunft als, also eurer Zukunft als Gefährten beim Pferdestehlen, Diskussions- und Streitpartner, als Liebespaar, als Eltern und als beste Freunde so gestalten könnt, wie ihr euch das wünscht. So, viel Spaß heute, feiert's gescheit. Sophie, die Kupplerin Herzog, Ende.